Flensburg, Handelwitz, du bist nordisch einzig, hier sind wir zuhause. Hallo liebe Fans, es ist wieder soweit SG Fan Freitag und wenn ihr mein handsigniertes Trikot gewinnen wollt, müsst ihr nur erraten, wie schwer ich bin zusammen mit dem Champions League Pokal. Einfach in den Kommentaren posten und dann könnt ihr das Trikot gewinnen. Viel Spaß! In unserer ewig stürmischen hellen Nacht.